Hallo Klinger, ganz ungefund dieser Blick. Es geht nämlich um die Patrione und hier gibt es einiges zu vermelden. Erst einmal herzlichen Dank für alle Unterstützer und wie Andreas bereits im letzten Video angekündigt hat, hat der Jörg noch eine ältere Lampe, fällt öfters aus bzw die Birnchen müssen auch oft ausgetauscht werden. Das ist die erste Anschaffung, eine LED-Lampe. In dem Fall wirklich super von der Helligkeit. Das wird man in späteren Videos auch sehen. Ich habe ja schon zwischenzeitlich einiges gefilmt, also ihr werdet hoffentlich die Unterschiede sehen. Und natürlich daneben auch, ja in dem Fall eine Leuchte, links und rechts daneben. Das war eine weitere Investition, dass einfach die Schatten besser im Prinzip beleuchtet werden. Da bin ich noch am justieren. Man sieht es hier mit dem Tisch, wie das dann eigentlich gut ausgeleuchtet wird. Hier sieht man alles. Hier steht dann, als die Kamera will mehr filmen und hier auf der Seite die andere Leuchte. Ich sage schon mal herzlichen Dank für die Investition. Ja, in dem Fall sind wir natürlich im Überlegen, wie es weitergeht. Unsere Patrione unterstützen uns fleißig hierzu. Wirklich danke, danke, danke. Die Überlegung ist in dem Fall eine weitere Investition. Wir werden mal sehen, eine Art Action-Cam, allerdings auch keine teure, um in dem Fall auch mal den Blick auf den Tisch besser einzufangen, dass ich auch nicht immer im Fokus stehe, weil man will natürlich auch das Spiel sehen, was auf dem Tisch ist. Ich sage von meiner Seite schon mal herzlichen Dank für alle Unterstützer. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist nicht selbstverständlich. Und darüber freue ich bzw. freuen wir uns sehr. Das war's. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.